So, hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt wollen wir zu dem alten... ...hab den Namen schon vergessen, wie er eigentlich heißt. ...rein und fragen, warum er irgendwelche Leute... Ah, Robert, genau, Robert war es. Robert. Auf uns los hetzt. Bin ich mal gespannt, ne? Und vielleicht geht's ja dann bald mal richtig rund hier. Ah, da müssen wir rein. Ach, da ist er schon. Ich suche Robert. Ah, nein, das ist er nicht. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay. Das ist cool. Look for the light. Oh, Mann. Das sieht mir böse nach Stress aus hier. Ja. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück. Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiße. Gut. Gut. Du gehst dich hinter, um Schüsse auszuweisen. Klapp. Aber lad mal nach. Oh, das ist auch ein Schild. Aua. Ja, Leute. Ich bleibst schön unten. Ja, eine haben wir. Gut gemacht, Cowboy. Aber da war das schon der zweite. Du auch. Wow. Wo hat er die ganzen Leute her? Schaut mir eher. So, Munition. Hallo. Da ist was. Ha, ha, ha. Der braucht es eh nicht mehr. So. Gleich noch nachladen. Ja. Gefällt mir das. So. Achso, willst du da hoch? Alles klar. Okay, gut. Der grinst immer irgendwie so selten, wenn du hier hochschießt, ne? Oder? Er lächelt so. Gebt mir die Hand. Ja. Also voll dran gesprungen an die Frau. Ja, das sieht auch wieder klasse aus, immer wenn es schon so lauter Hindernisse hingestellt sind. Was, was ist denn? Das ist schon... Tja, weißt du, dass sie kommen. Ich sehe so ein scheiß Zeichen irgendwie. Wenn daneben eckt dann noch hier so... Waffensymbol aufblinkt. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter, weiter. Okay. Die Kuchen ist auch so langsam fertig. Weh, du drehst dich jetzt um. Ja. Alles klar, kann ich hier durchs Fenster. Da ist hier Glas drin. Oh Mann. Alles klar. Lass mich raten. Eierfleiß? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, peng, peng. Mhm, mhm, mhm. Uhu. Ah, cool, ne likt. ich den anderen wurde das jetzt hergeholt das will ich gar nicht wissen Lass ihn los du Arsch dafür wirst du bezahlen alles klar ich habe sogar einen Schlüssel aber schön danke leicht gewalttätig das Spiel hier es liegt darum noch ein Medikit egal ich habe das Gefühl brauche ich noch viel 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 davon ich habe sogar einen Schlüssel also dürfen wir ja rein logischerweise eine Flasche meine Schätzchen du nimmst mir gerade mit deinem Arsch meine Deckung komm gehen wir ein bisschen weiter vor hier Alter wie viele Leute sind denn da drei nur drei das geht ja noch ah mein Knick immer mein Knick woher ist denn der jetzt hin ist nur noch einer da ok das darf ja nicht wahr sein hier so schalala wo müssen wir überhaupt hin ich glaube mal da hoch auf jeden Fall kommt da oben mal einer angelaufen den ich mir jetzt schnappe den schnappe ich mir jetzt aber das ist sowas von da unten ist eine da ist sie der unten ist weg das sollte aber eigentlich nicht so sein ich weiß nicht mehr wo ich überhaupt hin muss ich bin total verwirrt hier da sie mir hier hinterher läuft wird das wohl der richtige Weg sein Alter wo ist denn jetzt eigentlich der andere hin da kommt er da kommt er Alter geh mir aus im Blickfeld alte Nudel du wegkommen ah shit doch glatten Streifschuss abbekommen hier ja aua so hat er mich noch glatt angeschossen hier wir bräuchten hier mehr Leute Alter Alter sie wären nur im Weg ja das stimmt los zu den Docks geht's hier lang ok hier lang ja muss ich das mit den Frauen hier wenn der Mann muss arbeiten kacke hat es scheiße ja da ist er dieser eingebildete Mistkerl bringen wir es hinter uns ok springen wir einfach mal rüber keine Ahnung was hinten dran ist aber egal Kampf oder lautlos achte auf deine Vorrede wenn du entscheidest wie die Feinde angeht schön hier sind ein paar hier sind ein paar hier sind ein paar hier sind wir klug vorgehen es sind sehr viele was waren das für eine spastische Zucken gerade eben hier so bleibt jetzt ewig da stehen oder eine weniger da das tat klug war ich glaube ich jetzt bin ich ich weiß nein Ah. Ah. Aua. Deckung. 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 Decken. Ohjejeje. Leute, Leute, Leute. also langsam nüppelt der gute Mann hier ab nur mal so nebenbei hat er hier kein Medikit mehr bevor er lauter Sachen eingesammelt normalerweise sollte hier was sein okay oh man da ist doch tatsächlich eins das war ein Falterknopf wisst ihr noch wie das nochmal ging nein das wollte ich nicht ah ich muss es halten so sagt es doch gleich dort konnte ich ja natürlich nicht wissen was war das irgendwelche Sachen wo da rumgeworfen werden hallo oh es war was ganz grob ist so richtig schönes auch kommt auch kommt hölzchen zu die sau ist so am bluten aber warum hat eigentlich keiner von den allen munitionen irgendwer muss doch munition haben macht ja gar keinen spaß mehr ok büro robot ist bestimmt da drin gehen wir cool danke erstmal heilen wir uns hier richtig schön trotzdem sieht er noch aus wie so ein mal hier wenigstens etwas wie munition oder so vereinen wir uns ok da rein aber bevor wir da rein gehen sage ich das wars mit dieser folge bis dahin machts gut und haut rein